Ja, ja, Ihre Anzeige ist schon im System. Nee, leider noch nicht. Klar, ich gebe Ihnen Bescheid, wenn sich jemand meldet. Okay, tschüss. Hallo Barbie. Hallo Nicole. Es wird jemand gesucht? Ich bin genau die Richtige für diesen Job. Aber Barbie, du weißt doch noch überhaupt nicht, was für eine Arbeit das ist. Ich kriege das auf jeden Fall hin. Okay, du musst ins Schlosscafé. Okay. Die Schuhe sind ein bisschen groß. Und das Kleid auch. Naja, was soll's. So, ich muss wohl Kaffee machen. Solange jemand da ist, mache ich mir selbst erst mal einen Kaffee. Komisch. Wo ist denn der Herd? Die machen hier wirklich super Kaffee. Bedienung. Muss mal hier nachschauen. Was? Ja, ich komme. Wie soll ich denn Kaffee machen? So, da bin ich. Was hätten Sie denn gerne? Ich, ähm, ich nehme einen Cappuccino Grande. Und ich, ähm, ja, was nehme ich denn? Kaffee Latte. Mittelgroß. Na, ich kriege das schon hin. Ah, wo mache ich denn jetzt den Kaffee? Ah, das ist eine Kaffee-Maschine. Aha. So, hier sind Ihre Kaffees. Oh, Entschuldigung, 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 das tut mir leid. Oh, oh, hey Kumpel, Kumpel, alles okay? Ah, war das schusselig von mir. Bedienung. So, einen Eis-Machati-Latte, bitte. Schnell. Äh, ja, okay. Machati-Latte. Machati-Latte. Ah, klar, das ist, äh, dieses grüne Getränk. Kinderspiel. Bedienung. Dauert das noch lange? Äh, nee, nee, da bin ich, da bin ich, bitteschön. Danke. Och, den ganzen Tag am Strand in der Sonne liegen, das macht durstig. Ah, was, was ist das denn? Äh, 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 was, was ist denn? Ich, ich hab kalt gesagt, Eis, das bedeutet kalt. Sie haben mir was Heißes gebracht, ich hab mich verbrannt. Ach, äh, das, äh, tut mir leid. Tut mir leid, tut mir leid. Schon zu spät. Ich werde dich anzeigen. Äh, oh, nein. Oh je, ich glaub, ich steck in Schwierigkeiten. Am besten, ich mach mich aus dem Staub.